Nächster Halt Frechen Bahnhof Sehr geehrte Kunden, wegen Bauarbeiten verkehrt die Linie 7 nur bis zur Haltestelle Frechen Bahnhof. Ab Frechen Bahnhof übernehmen Ersatzbusse der Linie 107 die Fahrgastbeförderung bis zur Haltestelle Frechen Benzerrad. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Nächster Halt Frechen Bahnhof Sehr geehrte Kunden, wegen Bauarbeiten verkehrt die Linie 7 nur bis zur Haltestelle Frechen Bahnhof. Ab Frechen Bahnhof übernehmen Ersatzbusse der Linie 107 die Fahrgastbeförderung bis zur Haltestelle Frechen Benzerrad. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank.